Der Verwaltungsgerichtshof hat mit seiner Entscheidung vom 06.03.2019 in der Sache der dritten Piste des Flughafen Wiens meiner Meinung nach endgültig den Deckel draufgegeben. Er hat die eingebrachten Revisionen als unzulässig abgewiesen und damit ist die Sache meiner Meinung nach entschieden. Und die drei wichtigsten Gesichtspunkte schauen wir uns heute ein bisschen näher an. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Niederhuber von der Umweltrechtskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg. Und dieses Verfahren zur dritten Piste des Flughafen Wiens haben wir uns auf drei Minuten Umweltrecht schon einmal angesehen. Dieses Verfahren dauert jetzt schon oder hat jetzt schon gedauert zwölf Jahre lang. Das ist 2007 begonnen worden mit einem Antrag, fünf Jahre später dann die UVP-Genehmigung der Landesregierung, fünf Jahre später die Aufregerentscheidung des BVWG, in dem das BVWG gesagt hat, das ist doch gar nicht genehmigungsfähig aufgrund des gebotenen Klimaschutzes. Ein paar Monate später genauso aufregend die Entscheidung des VfGH, mit der der VfGH die Entscheidung des BVWG wiederum aufgehoben hat. Und jetzt zwei Jahre später, wie gesagt, gibt der VfGH dem Ganzen meiner Einschätzung nach den Schlusspunkt. Was sind die drei maßgeblichen Gesichtspunkte? Zunächst einmal geht es in dem Verfahren um die An- und Abflugrouten. Sind die jetzt alle im UVP-Verfahren zu berücksichtigen oder nicht? Und da sagt einmal der VfGH relativ simpel, naja, die An- und Abflugrouten werden von der Austro Control im Weg einer Verordnung festgelegt. Und sozusagen dieses Verordnungserlassungsverfahren hat eigentlich im UVP-Bescheiderlassungsverfahren nicht unmittelbar was zu suchen. Allerdings geht es natürlich in einem UVP-Verfahren schon um die Beurteilung dieser Flugrouten im Weg einer Prognoseentscheidung. Und da muss ich mir alle potenziellen Flugrouten ansehen, die maßgeblichen genauer. Ich kann auch definieren, über welche Gebiete Flugrouten gar nicht mehr denkbar sind, weil diese Gebiete schon entsprechend vorbelastet sind. Und das, was da im UVP-Verfahren eben dann festgelegt wird, ist dann hinten nach von der ACG, also von der Austro Control, bei der Verordnungserlassung wieder zu berücksichtigen. Der zweite Gesichtspunkt, hier geht es um die Lulärm-IV, schon von der Abkürzung her ein Wort ungedüm, um die Luftverkehr-Lärm-Emissionsverordnung und die Frage, ob die eigentlich zulässig ist. Die sagt nämlich, wenn Emissionsschwellenwerte überschritten werden, dann muss man objektseitige Maßnahmen setzen. Das heißt auf Deutsch, es wird nicht der Freiraum geschützt, also sozusagen mein Schutz in meinem Garten vor unzumutbaren Lärmbelastungen, sondern es wird nur der Wohnraum geschützt und zwar im Regelfall, indem man dann eben vorsieht, dass man dort entsprechende Lärmschutzfenster einbaut. Und da sagt der VWGH, gestützt auf eine Vorgängerentscheidung des Verfassungsgerichtshofs, ja, das ist zulässig, weil Luftverkehr etwas ganz anderes ist als der Straßenverkehr oder der Verkehr auf der Schiene und darum darf ich beim Luftverkehr sofort mit objektseitigen Maßnahmen tätig werden. Der dritte Punkt ist die Aufreger-Sache schlechthin, da geht es um CO2, also um Treibhausgasemissionen und insbesondere um die Frage, ob die Emissionen, die dem Flugverkehr zuzurechnen sind, ob die jetzt im UVP-Verfahren zu berücksichtigen sind oder nicht. Da hat ja zunächst schon einmal der VFGH gesagt, naja, also Klimaschutz hat im LFG, also im Luftfahrtgesetz, als öffentliches Interesse jetzt an sich nichts zu suchen und der VWGH hat jetzt gesagt, naja, aber wie ist denn das jetzt EU-rechtlich, also unionsrechtlich zu bewerten, wem ist denn dann sozusagen die Emission aus dem Flugverkehr zuzurechnen? Und da sagt er, mit Blick auf die Emissionshandelsrichtlinie der EU, das ist nicht dem Flugplatzbetreiber, sondern eigentlich dem Luftfahrzeugbetreiber zuzurechnen und deswegen haben diese CO2-Emissionen im UVP-Verfahren, das ja der Flughafen sozusagen angestrengt hat, nichts zu suchen.